Musik Das Besondere an den Kurzreisen auf MS Europa sind besondere Veranstaltungen und besondere Künstler. Auf dieser Kurzreise haben wir Udo Jürgens als Künstler hier an Bord, der heute Abend unseren Gästen in der Europa Lounge ein besonderes Konzert geben wird und das Ganze in der Wohnzimmeratmosphäre hier an Bord der MS Europa. Es ist wirklich immer unglaublich hier auf die Europa zu kommen. Ich war endlich immer da, ich war schon früher auf der alten Europa. Und dann geht man hier raus und dann sieht man nicht viel, muss ich sagen, wegen der Steinwerfer, aber was ich sehe, was ich sehe, das ist natürlich schon sehr beachtlich. Und bunt gekleidete, elegant gekleidete, schöne Menschen, die gute Laune haben. Und das ist ja wohl das Schönste, was einem passieren kann. Wann hat man denn das schon gemeint? Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging ich durch San Francisco in Texas, in Texas, in Texas, in Texas, in Texas. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals in New York, Das Konzert ist zu Ende und wie erwartet natürlich war es ein großes Highlight. Udo Jürgens hat wieder alle im Publikum begeistert hier in unserer Europa-Lounge. Vielen Dank für die Dome, mein Mann, vielen Dank für die Dome von dir. Vielen Dank!